Hallo liebe Sandra, hallo liebe YouTuber und liebe Podcaster. Wir haben heute ein diskussionswürdiges Thema mitgebracht und da freue ich mich, dass die Sandra Fultin, die sich gleich nochmal selber vorstellen wird, sich jetzt Zeit nimmt, um das mit uns einmal durchzudiskutieren. Und zwar werden wir uns über die Box für Schulhunde heute unterhalten, die jetzt wirklich auch kontrovers zu diskutieren ist gleich, die ja viel benutzt wurde. Aber eben auch mittlerweile kontrovers diskutiert werden muss. Und wir müssen da neue Lösungsansätze für die Schule finden. Und da freue ich mich, dass Sandra sich heute bereitgestellt hat, uns darüber zu informieren, wie die rechtliche Lage ist und dann gemeinsam mit mir Lösungsmöglichkeiten für die Schule zu diskutieren. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Hallo Anja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Und ja, auch für mich ein ganz wichtiges Thema, Herzensangelegenheit. Und ich glaube inzwischen auch ein Thema, das mehr und mehr Aufmerksamkeit findet. Ich hatte letztes Jahr bereits die erste Publikation dazu gemacht, aber da ist das alles noch so ein bisschen untergegangen. Jetzt inzwischen ist es angekommen und es ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir darüber sprechen. Und vor allen Dingen, wie du sagst, auch wirklich lösungsorientiert darüber sprechen. Was können wir an guten, hundgerechten, tierschutzgerechten Alternativen anbieten? Ja, magst du dich noch einmal kurz vorstellen, Sandra? Und dann würde ich mich im Anschluss auch nochmal vorstellen, weil du ja, glaube ich, auf deiner Podcast-Plattform das auch nochmal veröffentlichen wirst. Ja, ich hoffe so. Also, mein Name ist Sandra Foltin. Ich bin Psychologin, habe dann auch nochmal in Biologie promoviert mit dem Schwerpunkt Verhaltensbiologie des Hundes, aber auch Orientierungsverhalten und habe zudem auch ein Jurastudium. Und bin seit zwölf Jahren in einer, im Rahmen meines gemeinnützigen Vereines, einer Fortbildung tätig, die ich also gebe für Teilnehmerinnen, die hundgestützt primär arbeiten möchten. Nicht nur in der Pädagogik, sondern auch in der Therapie, also ganz allgemein erstmal Intervention. Ja, und habe versucht, versuche es immer noch wirklich über die Jahre, immer auch zu schauen, dass wir uns weiter verbessern, noch aktueller sind, was auch wissenschaftliche Ergebnisse angeht, um für unsere Tiere, für unsere Hunde auch den bestmöglichen Standard zu gewährleisten. Ja, sodass sie mit Freude an die Arbeit gehen, im Sinne von One Health, dass also jeder, der auch teilnimmt, etwas davon hat, dass alle profitieren und eben nicht nur wir Menschen oder auch die Empfänger. Und auch in dem Bereich hat sich in den letzten Jahren viel, viel getan. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und da kommen wir auch einrechtlich gesehen eben in Deutschland zum Thema der Hundeboxen, die ja doch vor einigen Jahren, ja, schon eine ganze Weile her wahrscheinlich so aus den USA meist rübergeschwappt sind. Also als ich jung war, ich bin ja nun auch schon etwas älter, gab es die noch nicht. Und ja, auch hier die rechtliche Lage hat sich in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren eben auch diesbezüglich geändert, wie auch in Bezug auf die Anwenderhaltung. Und deswegen sind wir heute hier. Ja, ja, genau. Und ich werde mich jetzt noch mal kurz für deine Plattform vorstellen. Also ich bin Anja Helling, Lehrerin und habe jahrelang mit dem Käpt'n, also sieben Jahre lang mit dem Käpt'n gemeinsam unterrichtet, an einer Hamburger Stadtteilschule, habe dann eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und schließlich das Geschäft von Kohlekarnido Nord hier in meiner Hundeschule Pfotenhafen integriert, bilde also Schulhundteams aus, gemeinsam mit einem ganz tollen Team. Jetzt besteht aus der Freie Hansen, der Lea Hopf, dem Gerd Schreiber. Und jetzt auch der Janina Blau. Vor dem Hintergrund ist natürlich das Thema Box und wo kann der Hund auf mich als Lehrerin warten, wenn ich noch Aufsicht habe, wenn ich ein Problem lösen muss oder wenn ich sogar noch eine Unterrichtsstunde geben muss. Wo kann der Hund gut auf mich warten, stressfrei auf mich warten, sodass es ihm eben auch gut geht und dass er sich wohlfühlt. Denn eins ist ja ganz wichtig, eben der Hund muss gerne zur Schule gehen. Wir fragen den nicht, ob er Schulhund werden möchte, sondern wir nehmen den einfach mit, entscheiden das für ihn. Und dann haben wir auch die Verantwortung, dass es ihm gut geht. Genau. Und mittlerweile bin ich gar keine Lehrerin mehr. Also mittlerweile befinde ich mich auch im Sonderurlaub zur beruflichen Neuorientierung und probiere mich ausschließlich als Hundetrainerin. Er ist ja auch so ein bisschen Lehrerin, eben. Ja, genau. Das ist ja eine ganz richtige Komponente. Absolut. Da haben wir ja noch einen Podcaster, der ist ja süß. Achso, ja. In meinem Einsatz. Ja. Genau. Also wenn ich das direkt aufgreifen darf, genau so ist es. Und insbesondere im Bereich Schule gibt es genau die von dir benannte Herausforderung. Ja, dass ich glaube, besonders früher es auch selbstverständlich war, dass die Hunde den ganzen Schulen, Alltag eben vor Ort waren. Und wenn wir jetzt mal schauen auf die Vorgaben, sei es der Dachverbände oder eben auch des Internationalen Dachverbands, wo ja auch definiert wird, dass an und für sich ein hundgerechter Einsatz maximal zweimal die Woche, maximal 45 Minuten ist, dann ist das schon schwer umzusetzen in ja nicht nur den Schulalltag. Für viele andere TGI-Teams stellen sich letztendlich ja die gleichen Probleme, ob es jetzt in einer Wohngruppe ist oder ja auch in anderen Settings, wo der Hund traditionell länger mitgenommen worden ist, muss man jetzt einfach schauen, wie setzen wir eben diesen Zeitumfang um, ohne eine Box zu haben oder zu nutzen. Die dann auch geschlossen wird, denn darum geht es ja letztendlich. Genau. Und das war ja auch lange Zeit wirklich oder ist auch noch oft die Idee von Personen, die mich jetzt neu ansprechen, die an der Schulhundausbildung eben interessiert sind, dass so die Idee vorherrscht, der Hund kann. Und das haben auch manchmal Schulleitungen, die dann entscheiden oder Eltern, die dann manchmal auch skeptisch reagieren, weil die denken, der Hund ist sieben Tage oder fünf Tage die Woche, den gesamten Stundenplan der Lehrerin auch mit dabei. Und so ist es ja gar nicht. Also so ein Hund kann eben ein, zwei Tage mit in die Schule gehen und an diesen Tagen auch nur sparsam, sage ich jetzt mal, eingesetzt werden. Also vielleicht eine Doppelstunde. Und dann sollte der auch wieder Pause haben. Und der aktive Part im Unterricht sind dann vielleicht zehn Minuten. Also so in diesem Rahmen bewegen wir uns ja im Schulhundeinsatz, was ja auch erst mal Menschen, die sich damit neu beschäftigen, so auch gar nicht klar ist, dass einfach so ein Schulhund eine sehr begrenzte Einsatzmöglichkeit auch nur hat. Genau, also das sind auch ganz klar meine Erfahrungswerte, dass weder die Pädagogen, die neu in eine Fortbildung kommen, das so wahrnehmen, noch ganz wichtig, wie du das auch benannt hast, ist das die Schulleitung, die das häufig so auch nicht wusste oder einfach auch da so die Sachkenntnis noch nicht hatte. Ja, und auch alle so drumherum, ob es Kollegium ist oder auch Eltern, weil es häufig ja doch noch anders transportiert wird in den Medien. Da sehen wir es immer noch, dass die Hunde durchaus den ganzen Tag da sind. Und es gibt ja auch eine aktuelle Studie aus dem letzten Jahr, die in Bayern an den Schulen durchgeführt wurde, wo auch genau das leider gefunden wurde, dass ein Großteil, die Mehrheit der Hunde viel zu häufig, viel zu lang im Einsatz war und dann gab es noch eine ganze Reihe von anderen wirklich tierschutzrelevanten Problematiken. Aber das war eben auch ein Fazit. Und ja, auch jetzt, und das hat glaube ich alle von uns auch sehr überrascht, werden diese Hunde ganz häufig immer noch viel zu oft mitgebracht und sind viel zu lange dort und auch in den Klassen. Ja, und auch ohne Ausbildung und dann teilweise werden eben auch signifikante Stresssignale, das hat ja auch diese Studie, die du gerade erwähnt hast, die können wir auch verlinken hier in den Shownotes beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Die hat ja dann eben auch aufgezeigt, dass es vielen Hunden gar nicht gut geht in ihrem Setting da, in dem sie sich bewegen müssen. Genau, genau. Da muss man ja wirklich von müssen sprechen. Ja, genau, so war es. Und eben auch, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass häufig einfach die LehrerInnen, und das darf man nicht vergessen, die haben ja freiwillig teilgenommen, ja, also waren sie sich dessen nicht bewusst, dass also auch hier einfach die Sachkenntnis, die Fachkompetenz häufig fehlte. Ein Fazit war ja auch, dass viele nicht oder nicht genügend aus- oder fortgebildet waren, Beschwichtigungs-, Stresssymptomatiken, Signale, Kommunikationssignale des Hundes wurden nicht gesehen oder vielleicht auch ignoriert. Und so wurde ganz klar nicht gewährleistet, dass der Hund dort, naja, einen positiven Einsatz hatte. Und es ist dann ja auch noch fraglich, inwieweit wir dann auch über erlernte Hilflosigkeit sprechen oder auch, tja, einen Einsatz, der so gar nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, sondern der absolut fremdgesteuert ist und wo der Hund einfach aushalten muss. Ja, Sandra, magst du noch mal kurz erklären, was erlernte Hilflosigkeit bedeutet? Weil wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass unsere Zuhörer und Zuschauer das jetzt auch kennen sozusagen, was erlernte Hilflosigkeit bedeutet. Also erlernte Hilflosigkeit ist letztendlich ein Konzept, das kennen wir auch aus der Humanpsychologie. Und das sehen wir auch ganz häufig bei Tieren, früher auch insbesondere bei Tieren, die zum Beispiel in der Wissenschaft auch gehalten wurden und mit denen auch experimentiert wurde, aber auch bei Zootieren. Und zwar geht es darum, dass die Tiere irgendwann lernen. Also am Anfang zeigen sie noch Signale beispielsweise von Unwohlsein oder dass sie nicht gerne kooperieren wollen, dass sie die Situation als sehr stressig empfinden, versuchen sich zu entziehen. Es ist aber nicht möglich, sei es bei den Kleintieren, dass sie aus diesem Käfig nicht entkommen konnten. Ihr habt sicher auch bei anderen wissenschaftlichen Studien schon gesehen, was auch da, sei es bei Affen oder anderen Tieren gemacht wird. Sie können nicht entkommen. Ja, sie können sich der Situation nicht entziehen. Und irgendwann ist es dann so, dass der Organismus einfach aufgibt und auch nicht mehr dieses Fight-Flight, ich flüchte oder ich kämpfe. Der Organismus gibt auf, das sehen wir auch häufig im Krieg zum Beispiel, und ergibt sich in diese Situation. Es ist nur noch so ein Aushalten, ohne dass wir wirklich noch die psychisch wichtigen Komponenten haben. Ja, dass man immer noch sagt, ich will das jetzt nicht, sondern die ergeben sich einfach in eine Situation. Und das führt natürlich dann auch zu anderen psychischen Auffälligkeiten oder auch psychosomatischen Auffälligkeiten, dass die Tiere vielleicht auch krank werden und die Menschen auch. Ja, und vor allen Dingen auch diese traumatische Erfahrung des Kontrollverlustes ist ja ganz stark mit enthalten. Ganz genau. Ja, also wir haben jetzt gesagt gerade, dass es ganz wichtig ist, dass Hunde eben mit Wohlbefinden eingesetzt werden, dass das nicht immer gewährleistet ist. Und der Schulhundeinsatz endet ja sozusagen nicht immer mit dem Einsatz in der Klasse. Manchmal ist es ja auch so, dass zum Beispiel ich als Lehrerin noch eine Aufsicht habe oder einen Unterricht absolvieren, noch eine Unterrichtsstunde absolvieren muss. Und auch da muss der Hund ja irgendwie sozusagen untergebracht werden und sich wohlfühlen. Und damit sind wir jetzt bei dem Thema Box. Es ist durchaus üblich gewesen, für diese Situation dann eine Box zu empfehlen. Und da ist seit diesem Jahr die Rechtslage nicht mehr so einfach. Willst du da nochmal die Rechtslage erläutern? Weil da bist du ja die Expertin. Und dann schauen wir nochmal. Mach das nochmal ganz in Kürze einfach auf, worum das so ist und wo man sowas finden kann. Und worauf es eben auch basiert jetzt einfach von der Argumentation her. Weil eben die Hundebox, früher gab es die nicht. Da weiß ich nicht. Also bei mir war es noch so, da hat der Hund neben dem Bett geschlafen. Und wenn er unruhig wurde, hieß es schnell raus, husch, husch, Pipi machen und dann wieder rein. Und das klappte auch alles gut. Aber auch das ist ja zum Beispiel eine ganz typische Situation, die insbesondere auch von Trainern oder Züchtern empfohlen wird, dass also auch der Welpe für die Stubenreinheit in so eine Box gesperrt wird. Also mit geschlossener Tür. Und darum geht es hier. Die Box ist geschlossen. Wir reden hier nicht über eine Box, die geöffnet ist. Ja, die ist vollkommen in Ordnung. Oder auch die Box im Einsatz im Auto für einen Transport. Auch das ist absolut in Ordnung. Hier geht es um die Situation, die Antje benannt hat. Der Hund ist zum Beispiel jetzt gerade nicht im Einsatz. Und kommt dann oder kam dann früher in seine Box und die wurde geschlossen. Und hier, wenn wir jetzt mal auf die Gesetzeslage schauen, ist es erstmal der Paragraph 2 des Tierschutzesgesetz, der hier relevant ist. Da heißt es, also wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, ja, das müssen wir erstmal definieren. Das sind hier in dieser Situation natürlich wir, ja, wir als Alter. Der muss dieses Tier, ob jetzt Hund oder etwas anderes, seiner Art, also hundgerecht und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und dann eben auch verhaltensgerecht unterbringen. Hier stellte sich eben dann die Frage, wenn wir einen Hund, jetzt erstmal unabhängig von der Größe, in eine geschlossene Box sperren, ob es jetzt eine Schulstunde ist, 45 Minuten plus Pause vielleicht auch 60 Minuten, oder eben, wie es ja auch sonst gehandhabt wird, vielleicht während wir einkaufen waren oder während Menschen im Büro sind, dass also auch durchaus die Länge variierte bis hin zu sechs oder acht Stunden, das zeigen Studien eben auch, ist das verhaltensgerecht, ob es jetzt eine Stunde oder acht Stunden sind. Hier beginnt wahrscheinlich schon so ein bisschen die Diskussion, weil der eine dann sagt, ja, aber nur 60 Minuten, das ist gar nicht viel oder 45 und mein Hund kann das. Paragraph 2, Absatz 2 sagt dann aber zusätzlich, ja, je nachdem, wie wir das Tier, den Hund unterbringen, dürfen wir die Möglichkeit der artgemäßen Bewegung nicht so einschränken, dass dem Hund eben vermeidbare Leiden oder Schäden oder gar Schmerzen zugefügt werden. Und hier ist eben, wenn wir mal schauen, was entspricht der Biologie des Hundes, einfach die Frage, wenn ich ein Tier, und sei es auch nur in unserem Zeitgefühl für 30 Minuten, in eine Box sperre, in der er sich nicht bewegen kann, im Sinne von Lokomotion, also Fortbewegung, sondern, ja, von mir aus, er kann stehen, er kann sitzen, er kann sich auch hinlegen, wobei ich hier schon die Schwierigkeit sehe bei großen Hunden, das überhaupt zu gewährleisten, weil ich glaube, ab irgendeiner Größe gibt es auch keine Boxen mehr. Der Hoferwart. So, der steht mit 90, da gibt es keine Boxen. Und da haben wir schon Hunde bekommen, die sind in einer Box aufgezogen worden und die haben immer noch einen krummen Rücken. Ach Gott, die werden trotzdem da reingesperrt. Da beginnt es schon. Aber Studien zeigen zum Beispiel auch, egal ob jetzt Hunde ruhen oder nachts, ob es Welpen sind, dass sie sich durchaus an andere Plätze bewegen. Auch, um dort wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, vielleicht ein anderes Hundebett wählen oder vielleicht auch mal eine andere Räumlichkeit. Die Hunde wollen mal trinken. Also, in dieser Box können wir das nicht gewährleisten. Auch nicht für 45 Minuten. Und da ist dann die Frage, was sind dann im Nachgang eben mögliche Leiden, vor allen Dingen vermeidbare Leiden oder Schäden, die wir dem Hund zufügen dadurch. Ja. Vor allen Dingen, finde ich, muss man ja auch noch bedenken, dass in der Box natürlich ja auch noch der Wassernapf drin steht. Wenn ich die jetzt zumache, also ich muss ja dann auch Zugang zu Wasser gewährleisten, dann ist da vielleicht noch eine Schleckmatte drin. Also, so eine Box ist ja dann auch, wenn sie groß ist, wenn ich sie zumache, auch schnell voll, sage ich jetzt mal. Genau. Das kommt ja auch noch mal dazu. Und ich finde gerade auch temperaturabhängig, also merke ich einfach auch, der Käpt'n wählt seine Schlafplätze durchaus temperaturabhängig. Also, im Winter schläft er in meinem Bett und im Sommer schläft er auf einem coolen Boden. Und diese Option gibt es ja nicht, wenn er dann in einer Box eingesperrt ist. Genau, genau. Und so sind meine Hunde auch. Die sind eh sehr wärmeraffin, also die liegen auch in Sonnenplätzchen, ja, wenn es möglich ist und so weiter. Ja, und da wird durchaus gewählt, absolut. Der Liegeplatz nach Untergrund, nach Temperatur, nach verschiedenen Faktoren, manchmal auch nach Geräuschen oder was ich auch mache, ja. Also, sei es selbst im Haushalt, du saugst, da gehen auch die Hunde erstmal woanders hin. Und legen sich durchaus wieder nieder, ja. Aber die würden ja jetzt nicht in dem Raum bleiben, wo ich da jetzt wild rumfeudle. Also, auch da gibt es für sie viel mehr Möglichkeiten, sich dem auch zu entziehen, egal, was wir da jetzt gerade machen, wenn es sie in irgendeiner Form auch stört. Das können wir mit der Box ja nicht gewährleisten. Nee, genau. Und jetzt hast du aber schon angedeutet, dass es ja bestimmte andere Voraussetzungen noch zu erfüllen gilt. Also, wir wissen jetzt, du hast es schon erklärt, die Box sollte also nicht verschlossen sein. Reicht es denn, wenn ich einfach eine kleine Box hinstelle in mein Lehrerzimmer und dann die Tür offen lasse? Oder in einem anderen Raum? Ja, nochmal Vorgaben. Also, erstmal geht es darum, die Tierschutzhundeverordnung gibt auch ganz präzise vor, je nach Stockmaß, also nach Schulterhöhe des Hundes, welchen Raum haben wir zur Verfügung zu stellen. Also, auch das ist genau vorgegeben. Zum Beispiel wird hier eben definiert, also, wenn ich einen Hund habe, der bis zu einer Schulterhöhe von 50 Zentimeter groß ist, also irgendwie so Kniehöhe wäre es ungefähr, dann muss ihm sechs Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen und zwar uneingeschränkt. Ja, da stehen nicht noch andere Dinge drin. Also, es ist da nicht ein Raum, wo noch der Drucker drin ist, verschiedene Schränke vielleicht drinstehen, sondern das sollen sechs Quadratmeter Freifläche für den Hund sein, wo sein Bett natürlich liegt, Wasser und so weiter. Aber eben keine anderen Gegenstände, die wir dann sozusagen abziehen können. Je größer der Hund, desto mehr Fläche. 50 bis 65 Zentimeter Stockmaß, 8 Quadratmeter und über 65, also alles der größeren Hunde, Oberschenkel und so weiter, Höhe ungefähr 10 Quadratmeter. Oha. Ihr seht eben, das ist schon eine Menge. Dazu kommen eben auch Verpflichtungen, dass, wenn wir den Hund in eine Räumlichkeit sperren, während wir im Unterricht sind oder ähnliches, dass eben in diesem Raum auch natürliches Licht sein muss. Das heißt, es muss ein Fenster vorhanden sein. Das ist wichtig. Die Temperatur muss regelbar sein. Also, es muss irgendeine Wärmequelle auch vorhanden sein. Beziehungsweise im Sommer darf der Raum auch nicht so hoch aufgewärmt werden, weil er vielleicht oben im Dachgeschoss ist, dass es zu warm wird für den Hund. Also, auch das sind Faktoren, die externen Stressoren, die da eine Rolle spielen. Das ist schon mal wichtig. Und auch anbinden ist nicht mehr möglich. Also, mal eben an die Leine nehmen, auch das ist nicht erlaubt. Von daher, das sind schon jetzt eine ganze Reihe von Veränderungen, die, ich denke, auf jedes Setting, aber gerade auch im Bereich der Schule, auf die Teams auch zukommen. Und wir haben ja jetzt gerade nur den Aspekt besprochen, der sozusagen tierschutzrelevant ist. Es gibt ja auch noch den Aspekt, dass wenn ich sozusagen mit dem Hund nicht gemeinsam bin, sondern der Hund irgendwo alleine wartet, sagen wir mal in einem extra Raum, der alle Kriterien erfüllt, die du jetzt gerade genannt hast, dann müssen ja auch noch die Kriterien erfüllt werden, dass kein anderer Kollege mit Schülern in diesen Raum reingeht und dort aktiv wird und dann der Hund nicht mehr mit mir gemeinsam irgendwo eingesetzt wird oder ohne meine Aufsicht dann Schülerkontakt plötzlich hat. Also, das müsst ihr auch unbedingt bedenken, wenn ihr an diese Raumplanung denkt oder dort eben mit eurer Schulleitung spricht. Genau, zu dem kommen wir ja gleich nochmal zu den Optionen für die Schule. Aber das ist echt nochmal ganz wichtig, dass ja in Bezug auf Schülerkontakt es auch nochmal rechtliche Vorgaben gibt, dass der Hund eben immer mit seinem Teampartner, mit seinem Menschlichen nur im Schülerkontakt sein darf. Also in dem Fall der Käpt'n dann mit mir oder deine Hunde mit dir, Sandra. Ganz genau. Genau, auch das ist ganz wichtig, weil wir sahen ja in der Studie, die ich eingangs erwähnte auch, dass manche Lehrer durchaus ihren Hund ja auch sozusagen an Kollegen verliehen haben. Das geht natürlich nicht. Und ihr wisst ja auch bei Anja, bei dir in der Fortsetzung ist es ganz klar so, wir sind ein Team, ein Mensch-Hund-Team und wir agieren gemeinsam. Und der Mensch trägt immer 100 Prozent Verantwortung für seinen, ihren Hund. Und von daher, der wird natürlich nicht erstmal unbeaufsichtigt, wie wir es ja auch schon erlebt haben, irgendwie auf die Gänge losgelassen und darf dann da Schüler treffen und Schülerinnen, sondern es geht immer um diese Interaktion auch. Ja, weil wenn wir über qualitativ hochwertige Einsätze sprechen, verfolgen wir ja auch eine Zielsetzung. Wir möchten ja auch irgendetwas erreichen. Und das geht nur in dieser Interaktion Mensch-Hund-Team, was auch fortgebildet ist, wo auch der Mensch die Sachkunde hat. Wie geht es meinem Hund? Fühlt er sich wohl? Ist er überfordert? Oder reicht es auch für heute? Ja, müssen wir hier einfach auch einen Cut machen und sagen, so, für meinen Hund war die Belastung jetzt auch genug. Ich muss jetzt eine Alternative finden. Gut, ich glaube, dann haben wir nochmal, wir haben die Quadratmeter besprochen, wir haben das Tageslicht besprochen. Also Frischwasser muss immer da sein. Also auch wenn der Hund im Schloss wartet, Frischwasser muss immer da sein, sozusagen. Genau, ich glaube, dann haben wir die rechtlichen Aspekte alle erläutert. Oder fällt hier noch einer ein? Und das ist noch ganz kurz, der mir noch einfiel in Bezug auf den Ruheplatz. Auch das wurde ja besprochen. Und ich habe dazu diese Woche noch ein anderes Webinar gehabt. Denn letztendlich ist es ja auch da vorgegeben, auch von der RISO, ja, von der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht, dass der Hund da sich selbstständig, also frei zurückziehen kann. Und zwar auf einen eigenen und ungestörten Ruheplatz. Und in der Studie beispielsweise war es ja so, dass über 30 Prozent gar keinen Ruheplatz hatten. Und mehr als die Hälfte keinen ungestörten. Also auch hier finde ich es ganz wichtig, noch mal zu beobachten oder auch zu definieren für euch als Team auch. Was heißt denn ungestört? Wie zeigt sich euer Hund, wenn er ungestört in Ruhe ist? Ist das ein Tiefschlaf? Also auch da noch mal genau achten. Wenn der Hund natürlich die ganze Zeit in der Aufmerksamkeit ist, weil er vielleicht Dinge erwartet, dann ist das letztendlich kein ungestörter Ruheplatz. Oder dieser Platz eben so gelegt worden ist, dass Schüler andauernd vorbeilaufen müssen oder Ähnliches. Also auch da noch mal drauf achten, weil auch das ist noch mal ganz wichtig. Und das ist auch eine Vorgabe. Ja, du meintest jetzt aber bezogen auf den Unterricht noch mal. Also im Unterricht dann sozusagen diesen Ruheplatz, wo er sich entspannen kann auch und wo er geschützt ist. Genau, wo ja auch kein Schüler hingehen sollte. Ja. Genau. Dann gibt es ja noch mal, im Prinzip ergibt sich ja für die Schule dann auch eine ganz große Problematik. Also Schule hat, oder jetzt randaliert der Käpt'n im Hintergrund, Schule hat ganz viele, hat ja ein großes Problem, meistens einen Platzmangel. Wenn ich jetzt an meine Schulen denke, da war das Lehrerzimmer immer sehr voll gestellt. Ja, dann war da noch irgendwie der Platz vom Käpt'n. Und die Lehrer hatten vielleicht jeder für sich so zwei, drei, vier Quadratmeter, wo Tasche und alles hingestellt werden konnte, wo man sitzen konnte, ein kleines Fach, ja, wo man Sachen einschließen konnte. und dann noch das Postfach. Und das war es so für das Individuum Lehrer, sage ich jetzt mal. Da jetzt nur eine Box hinzustellen für den Hund, ist natürlich an der Stelle nicht mehr ausreichend. Jetzt würde ich mir gerne noch mal drauf gucken, was es für Möglichkeiten gibt, um das Problem in der Schule vielleicht anzugehen oder anders zu lösen. Und ich habe mit dem Arbeitskreis Schulrund Hamburg vielen Dank noch mal an alle, die da waren und mit mir gemeinsam gesammelt haben. Auch, ich muss mal dem Käpt'n die Büchse wegnehmen, sonst scheppert der hier laut rum. Wir hören das aber nicht. Ihr hört das nicht durch Zoom? Nein, also ich höre das nicht. Gut, gut, dann ist gut. Wenn es dich nicht stört, also ist es nicht zu hören. Gut, dann ist gut. Zoom hat, glaube ich, eine ganz gute Rauschunterdrückung. Dass wir vielleicht einfach noch mal gemeinsam schauen, was gibt es denn für Optionen in der Schule und dass wir die gemeinsam noch mal durchdiskutieren. Dazu habe ich eine kleine Aufstellung mit dem Arbeitskreis vorbereitet und die würde ich jetzt gerne einblenden. Ja, mögliche Lösungen. Wir vom Arbeitskreis haben uns verschiedene Lösungen gemeinsam überlegt, wie wir sozusagen die Problematik der tierschutzkonformen Unterbringung, während der Hund durch mich nicht beaufsichtigt, beaufsichtigt werden kann, weil ich eben in der Aufsicht bin oder weil ich noch Unterricht geben muss oder weil ich, kommt ja in Schule durchaus auch vor, einen Zwischenfall habe, einen Vorfall habe, um den ich mich kümmern muss. Also ein Schüler aus meiner Klasse ist verletzt, Sportunfall oder es gab eine Rauferei, um die ich mich kümmern muss oder was auch immer. Also Schule ist ja immer mit Action versehen und da passiert ja jeden Tag irgendwas. Also man weiß ja nie, wie der Tag so verläuft in Schule. Das heißt, es gibt immer Situationen, wo ich meinen Hund eventuell irgendwo sichern muss, irgendwo gut unterbringen kann, muss, weil ich Dinge regeln muss, wo ich den Hund jetzt nicht mit dabei haben möchte. Und das finde ich ganz wichtig, dass ihr euch auch das immer überlegt, in allen Situationen, jetzt nicht nur Schule, was passiert in einer Notsituation? Ja, ja. Weil auch das stellte sich raus, dass ja sehr viele in dieser Studie eben PädagogInnen keinen Notfallplan haben und das ist genau wie du sagst, Anja. Also es passiert andauernd irgendetwas, wo man dann überlegen muss, wo lasse ich den Hund jetzt? Ja, das ist bei uns sogar ein Teil des Trainingstagebuches, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausfüllen müssen. Da ist das ein entscheidender Aspekt, dass sie einfach mal schauen, so was passiert mit dem Hund, wenn ich zum Beispiel verletzt bin. Kann ja auch passieren. Also ich bin auch mal blöd umgeknickt und dann so ein paar Stufen die Treppe runter. Also ich konnte danach noch laufen und so, aber musste zum Arzt und dann hatte ich auch den Hund dabei. So was ist dann mit dem Hund? Der kann ja nicht mit zum Arzt. So muss man sich eben für diese Szenarien was überlegen. Oder ich muss mit dem Schüler ins Krankenhaus aus irgendwelchen Gründen mitfahren oder so. Da muss man halt schon gucken, was ist dann mit dem Hund? Also Option eins wäre, dass eine Kollegin zum Beispiel die Verantwortung und die Aufsicht für den Hund nimmt, wenn dieser eben während einer Unterrichtsstunde oder während einer Aufsicht, das ist dann sozusagen eine geplante Situation. Also ich weiß, ich habe nach meinem Schulhundeinsatz noch eine Aufsicht von einer halben Stunde oder habe nochmal eine Doppelstunde. Also wir in Hamburg haben hier immer Doppelstunden gehabt, habe nochmal eine Doppelstunde Unterricht, dass die dann die Verantwortung für den Hund übernimmt, mit dem gemeinsam möglicherweise im Lehrerzimmer dort sich aufhält und somit kann dann die Tür eben geöffnet bleiben. Hier wichtig finde ich, dass man das vorher festlegt, wer ist es, dass der Hund eben auch die Kollegin kennt und dass man das auch vorher genau abgesprochen hat. Also nicht einfach so, wer jetzt gerade da ist, der nimmt jetzt den Hund. Nee, genau. Dass das im Vorfeld auch schon, genau wie du sagst, geplant ist, wann wer auf den Hund wo aufpasst und ob es eben auch ein bekannter Raum schon ist. Ja, und die Signal, also eine Raumgewöhnung steht natürlich irgendwie immer an, egal welchen neuen Raum der Hund sozusagen jetzt kennenlernt oder in welchem Raum er auch warten soll, dann, es geht immer eine Raumgewöhnung sozusagen, ein davor findet immer statt. Also, wir packen nicht den Hund in irgendeinen Raum. Genau, dann sollte die Person natürlich auch mit den gängigen Signalworten vertraut sein, die der Hund kennt, damit die auch mit ihm kommunizieren kann. Also, wenn ihr sowas in die Richtung plant, dann muss die Kollegin da auch bereit sein, sich ihm auf die Signalworte einzulassen, einen möglicherweise ähnlichen Umgang haben nach Möglichkeit. Also, wenn ihr jetzt eher dem positiven Training anhängt und dann habt ihr da eine Kollegin, die eher aversiv mit Hunden arbeitet, dann wäre das auch ungünstig, dann wäre das keine gute Kombination. Also, schaut da nochmal gut, welche Kollegin ihr da wirklich ansprecht und wirklich auch fragt. Dann gibt es ja manche selten genutzte Räume in der Schule. Der Personalratsraum fällt mir da zum Beispiel ein und dort könnte der Hund natürlich gut und stressfrei alleine bleiben, wenn der Hund grundsätzlich das Alleinbleiben kennt. Auch da ist nochmal der Hinweis, wenn dein Hund zu Hause alleine bleiben kann, heißt das noch lange nicht, dass er das im Hotelzimmer kann, dass er das in einem neuen Raum kann und so weiter und so fort. Also, ihr müsst das dann kontextbezogen, das Alleinbleiben auch in diesem neuen, wenig genutzten Raum nochmal üben. und der Aufenthalt sollte natürlich immer, wenn der da alleine bleibt, auch mit einer Kamera überwacht werden. Also, dass ihr dann möglicherweise auf dem Handy seht, ah, okay, jetzt geht es meinem Hund nicht gut und dann nochmal jemanden hinschicken könnt, der sich dann um euren Hund kümmert, auch wenn ihr im Unterricht seid. und auch da Tageslicht- und Quadratmeterzahl, die du jetzt vorhin ja genannt hast, die Quadratmeteranzahlen, die blende ich dann auch nochmal ein in dem Video, jetzt hier an dieser Stelle, die müssen dann natürlich auch auf diesen Raum zutreffen. Und was ich auch nochmal wichtig finde, wenn der Hund da alleine wartet, dann dürfen da natürlich keine Putzmittel stehen, wo der Hund dann vielleicht rangeht, die er dann vielleicht aufkaut oder was auch immer. Also, da dürfen keine für den Hund giftigen Gegenstände zur Verfügung stehen, sozusagen, an denen er sich vielleicht dann zu Gemüte zieht, sozusagen. Das finde ich nochmal wichtig. Genau, also das finde ich auch, vorher wirklich üben, auftrainieren, den fremden Raum auch ganz in Ruhe, kleinschrittig und dann auch wirklich schauen, wie ist es beispielsweise mit den Untergründen. Bei einem jüngeren Hund habe ich dann eventuell das Thema, dass er den Teppich anfrisst oder ähnliches. Das muss schon so hundgerecht wie möglich gestaltet werden. Genug Dinge, die ihn dann auch ablenken und selbstverständlich nichts, was in irgendeiner Form gefährlich sein könnte. Und auch da wirklich ganz individuell auf den Hund schauen. Also, es gibt durchaus Hunde, die auch an Steckdosen gehen und so was. Da mit der gebotenen Vorsicht und ansonsten, es gibt sicher auch Hunde, die kann ich nicht alleine lassen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wenn sie noch relativ jung sind. Und ganz klar, wir reden ja hier nicht von Welten oder Ähnlichem, die kommen natürlich nicht mit in die Schule. Ja, klar. Dann gibt es ja doch auch wenig frequentierte Räume, die von Kolleginnen benutzt werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Kollegin, die auch Hunde mag, ein eigenes Büro hat, was nicht so viel frequentiert ist, also wo nicht viel Verkehr, nicht viel Publikumsverkehr herrscht, dann könntet ihr diese Kollegin eventuell ansprechen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei mir der Käpt'n manchmal bei der stellvertretenden Schulleitung dann warten konnte. Und genau, da könntet ihr fragen, ob der Hund sich dort eben aufhalten kann. Und auch da gilt aber natürlich wieder der Aspekt, der Hund muss daran gewöhnt werden, wenn er mit dieser fremden Person alleine ist. Also mit euch alleine oder mit euch irgendwo warten gemeinsam und in der Ecke chillen ist nochmal was anderes als mit einer nicht so gut bekannten Person irgendwo sein alleine und dann chillen. Also auch das muss wieder gut geübt werden und auch da muss der Raum wieder extra nochmal sozusagen erkundet werden. Und auch ganz wichtig, fragt auch den Hund, ob er die Kollegin mag, weil das ist ja auch von großer Wichtigkeit, dass das immer auch in beide Richtungen gilt. Aber manchmal sind wir ja überrascht, weil wir jemanden sehr mögen, aber der Hund vielleicht nicht so. Das ist einfach so. Stimmt, da hast du recht, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass wir da gucken, mag der Hund das überhaupt. Und die Ideallösung ist natürlich, dass ihr um Freistunden bittet, nach der Hundestunde, sodass ihr euren Hund nach Möglichkeit nach Hause bringen könnt. Also das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit. Und im Grunde, wenn der Hund gut alleine zu Hause bleiben kann, ist es auch die Ideallösung fast. Für uns dann manchmal stressig, aber für den Hund ist es eigentlich die Ideallösung. Genau, finde ich auch. Also wenn es möglich ist, dass man das Curriculum auch wirklich so erarbeitet, dass wenn man weiß, der Hund kommt an ein oder maximal zwei Tagen mit, dass man vielleicht danach eben diese Freistunde hat, um den Hund nach Hause zu bringen. Oder vielleicht kann ihn auch jemand abholen. Das ist für mich auch die Ideallösung. dann kann man natürlich auch noch nach einem ruhigen und nicht genutzten Raum fragen, der dann der Schulhund Ruheraum wird. Auch da muss man so ein bisschen in den Dialog mit der Schulleitung gehen, die manchmal ja auch das toll finden, dass ein Schulhund da ist, aber jetzt nicht unbedingt sich gut mit Schulhunden auskennen oder mit Hunden im Allgemeinen auskennen. Nicht, dass da plötzlich drei Schulhunde gemeinsam unbeaufsichtigt in dem wenig frequentierten Raum warten. Also ich würde selbst wenn das nette freundliche Hunde sind, würde ich die nie unbeaufsichtigt gemeinsam warten lassen. Auch das muss dann organisatorisch abgesprochen werden. Also wann kommt welcher Hund und benutzt diesen Schulhund Aufenthaltsraum oder das Schulhund Lehrerzimmer. Da muss man gucken und schaut wirklich wenn ihr da mehrere habt die das nutzen so wie ist es mit Resourcen wie ist es mit Gerüchen wie ist es mit Markieren selbstverständlich nehmen die ja wahr wer da war und wann also auch da würde ich unbedingt drauf gucken wie ist die Reaktion der Hunde die da reingehen vielleicht gibt es ja auch die sich nicht mögen untereinander und dann möchte vielleicht der eine auch gar nicht diesen Raum betreten weil er eben den anderen riecht muss man auch unbedingt noch mal drauf achten wir haben ja auch in einer Publikation darüber geschrieben wirklich auch die naja die die Erwartungshaltung also dass wirklich auch alle Hunde gleich behandelt werden weil sie wenn sie das sehen sonst ja auch nicht mehr so kooperativ sind hier wäre das jetzt nicht das Thema weil so ich es verstehe würden die ja dann nacheinander oder dem wer dann gerade da ist diesen Raum benutzen aber da würde ich schauen wie die reagieren auf eben auch die olfaktorischen Reize die der andere Hund dahinter lassen hat ja ja und das ist ja vor allen Dingen eine Welt die wir uns nicht annähernd vorstellen können was Hunde über die Nase wahrnehmen und dann auch für Informationen aus diesen Gerüchen dann herausziehen das ist ja weitestgehend unerforscht und was Hunde sozusagen über olfaktorische Reize wahrnehmen und vor allen Dingen was sie dann da auch für Schlüsse daraus ziehen also welche Informationen sie daraus ziehen oder so und wenn da jetzt eine Hündin ist die läufig ist dann kann ich danach auch also die sollte sowieso nicht in die Schule kommen weil Läufigkeit immer auch ein anstrengender Prozess ist für eine Hündin aber wenn die dann noch gut riecht und die war vorher in dem Raum und dann packe ich danach den Schulhund Rüden rein dann wird der auch nicht mehr entspannt auf dem gleichen Bettchen liegen das sind auch alles Dinge die ich dann bedenken muss natürlich gilt wieder Kamera aufstellen damit ihr seht ob da wirklich alles in Ordnung ist es muss Tageslicht vorhanden sein und der Hund muss an den Raum und an das Alleinsein in diesem Raum natürlich gewöhnt sein ja dann kann man natürlich das Boxentraining auch nochmal intensivieren aus Trainersicht und da dann wirklich positiv auch auftrainieren dass der Hund lernt auch bei geöffneter Tür da eben ruhig und entspannt zu liegen weil sich das einfach für ihn lohnt weil es ihm da einfach gut geht und weil er da positive Lernerfahrungen gemacht hat die idealerweise mit Entspannung verknüpft sind das heißt dann natürlich dass diese Box oder dieses Hundebettchen also man könnte jetzt auch ein Hundebettchen nehmen natürlich und da gar keinen Umständen strafbasiert auftrainiert werden sollte denn das käme ja einem Verschließen der Box wieder gleich also wenn ich quasi einen Hund bestrafe weil er sein Bettchen oder seine Box verlässt dann ist das ja als wenn ich die Box zumache und eben und wichtig ist eben auch die Komponente der Freiwilligkeit der Hund muss sich freiwillig dorthin legen ansonsten also mit einer Signalgebung zu arbeiten und einen Hund in den Platz zu legen für 45 Minuten bedenklich und es widerspricht dem was ich vorhin auch im Gesetzestext vorgelesen habe es geht hier um Freiwilligkeit die Möglichkeit zu wählen ja wo gehe ich hin wo lege ich mich hin und das heißt genau das was du sagst Anja das muss ein Platz sein ein Ort sein es muss ja keine Box sein an dem der Hund einfach sagt hier fühle ich mich wohl hier liege ich gut hier kann ich zur Ruhe kommen aber hier kann ich vielleicht auch Dinge sehen da kommt es ja auch wieder auf den einzelnen Hund an ja und das ist eben nicht mit mit Zwang oder Druck oder auch Signalgebung verknüpft ist ja ja also ich habe immer die Box auch gerade im Lehrerzimmer präferiert weil die ein bisschen den Hund auch schützt vor einfach gestreichelt werden also der Hund schläft liegt gerade in süßesten Träumen und dann ist es oft auch tatsächlich denkt man gar nicht für Lehrerkollegen schwer da jetzt nicht hinzugehen und den Hund mal kurz zu knuddeln und mal kurz zu kraulen weil der so süß aussieht beim Schlafen und dann wird der Hund aber aufgeweckt also an dieser Stelle hat natürlich ein etwas geschützteres Setting als ein Hundebett wieder ein Vorteil aber die Tür muss eben offen sein und der Hund muss jederzeit rausgehen können oder was natürlich auch aber was zu wahrscheinlich in einigen Kollegien auch zu Diskussionen führen kann ist dass ihr natürlich einen Teil des Lehrerzimmers absperrt also abgrenzt zum Beispiel mit so einem Gitter was man sich aufstellen kann da gibt es eins von Bumi das habe ich mir gekauft das benutze ich auch bei Seminaren das können wir auch mal unten verlinken und dass ich da dann eben den entsprechend passenden Raum zur Größe meines Hundes mit diesem Gitter abgrenze im Lehrerzimmer auch das muss ich natürlich mit meinem Hund trainieren also ich kann nicht einfach so ein Gitter aufstellen und dann erwarten dass mein Hund da stressfrei bleibt sondern auch diese Barriere an diese Barriere muss ich meinen Hund natürlich gewöhnen gerade wenn er die so jetzt noch nicht kennt und das muss natürlich auch das Lehrerkollegium tragen dass da jetzt der Schulhund zehn Quadratmeter abgegrenzt bekommt oder acht Quadratmeter abgegrenzt bekommt freie Bodenfläche im Lehrerzimmer also da müsst ihr darauf achten dass das Kollegium das dann auch wirklich mitträgt und damit einverstanden ist wenn ihr das im Lehrerzimmer handhabt sozusagen genau da auch noch mal gucken mit Heizung finde ich dass das natürlich nicht da direkt an der Heizung der Hund dann liegen muss oder so sondern auch dass da ihr auch guckt gerade im Winter wenn dann die Heizung da böllert oder in der Schule ist es ja auch manchmal dass die Heizung durchaus auch noch im Sommer heizt kurioserweise wenn es schon warm wird also dass ihr da auch guckt dass das mit den Temperaturen wieder gut hinkommt für euren Hund also ich finde auch gerade dass hier bei diesen ja Abgrenzungen wirklich auch schauen was gibt es dort für Stressoren wirklich überlegen wo wäre das überhaupt möglich und ich glaube ja das ist sehr schwierig wenn die wenn die Kollegin vielleicht weniger Platz haben als der Hund das nochmal im Lehrerzimmer zu machen ich mache es auch bei meinen Seminaren so dass ich diese Gitter verwende das finde ich ganz ganz sinnvoll die sind einfach zusammenzustecken und dann machen wir einen Sichtschutz drüber aber genau was du sagst Anja auch das muss selbstverständlich auftrainiert werden denn diese Gitter sind ja nicht hoch also die Hunde können da durchaus drüber springen es geht ja darum dass ich für die Hunde einen Raum schaffe der a groß genug ist wo sie nicht angeleint sein müssen und wo aber eben auch tolle Dinge für sie sind ja es soll schon so im Sinne einer Wohlfühloase sein vielleicht noch die Schleckmatten und so aber ich habe eben sehr viel mehr Platz aber auch in dieser Abgrenzung steht sonst eben nichts ja und ich weiß nicht ob es Alternativen gibt zum Lehrerzimmer die trotzdem gut denkbar wären die sicher wären also vielleicht fällt euch da auch noch was zu ein wo einfach mehr Platz wäre aber auch das ist etwas das muss auftrainiert werden werden sonst ist das für die Hunde auch nicht stressfrei ja und dann muss man ja auch wirklich nochmal also zum Beispiel hat ja Hamburg auch die Ruhe die Gruppenräume wo man durchaus auch sagen kann da lasse ich jetzt ein Schloss einbauen also das sind zur Erklärung eben ein Klassenraum von normaler Größe und dann ist jedem Klassenraum immer noch ein kleinerer Gruppenraum angeschlossen der ungefähr vielleicht so ich würde jetzt mal schätzen ein Drittel vom Klassenraum an Raum bietet der würde also von der Fläche und der Tageslichtkomponente gut passen da muss aber wieder die Zugänglichkeit geregelt sein also ich hatte dann tatsächlich auch ein Schloss auswechseln lassen sodass nur ich und die Schulleitung in diesen Raum reinkam und dann ist es natürlich auch nur ein Ruheraum wenn ich die Fenster die vielleicht zum Flur oder zum Durchgang reichen also bei uns gab es so eine Balustrade vor dem Gruppenraum dass ich da die Vorhänge zuziehen kann dass dann nicht andere Kinder tock 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 an den Scheiben stehen weil der Hund so süß ist und dass natürlich in dem Klassenraum parallel dann kein Unterricht stattfindet weil dann ist das auch keine Ruhegelegenheit mehr entspannen kann und ausruhen kann also das ist auch nochmal eine Option aber auch da muss man eben das hinmanagen und auch da muss irgendwie der Stundenplan mit sozusagen im Boot sein dass euer Hund da wirklich sich auch ausruhen kann und dann muss eben auch klar sein dass andere Kollegen diesen Raum in dieser Stunde als Klassenraum nicht nutzen können ja wenn euch noch andere Situationen einfallen oder wie habt ihr es in eurer Schule geregelt dann schreibt uns das gerne in die Kommentare wir sind da sehr sehr gespannt und geben das dann auch gerne in unseren Fortbildungen weiter an andere Kollegen die auch Schulhundteams werden möchten also wenn ihr da kreative Ideen habt oder sogar schon kreative Lösungen habt die ihr erprobt habt dann freuen wir uns sehr wenn ihr uns die ja mitteilt entweder über Direktkontakte über Instagram Facebook oder eben auch gerne hier unten in den Kommentaren dann haben wir vielleicht eine Sammlung von möglichen Lösungsoptionen und jeder kann für sich an seiner Schule individuell schauen wie es zu lösen ist das große Problem mit dem Schulhund der warten muss irgendwo ja von daher wir sind jetzt gerade so im ersten Prozess der möglichen Lösungsfindung und es wird kommen also von daher es ist ja es ist am Anfang immer schwierig das ist klar wenn sich etwas ändern soll aber ihr seid so kreativ also auch das werden wir ganz hundgerecht hinbekommen ich freue mich schon auf ja die tollen Ideen wiederkommen ja ich freue mich auch und dann blende ich euch jetzt hier noch zwei Bücher ein die die Sandra geschrieben hat die sehr lesenswert sind eins ist glaube ich gerade noch druckfrisch sozusagen also das Black Dog ja 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 genau zu psychischen Krankheiten bei Hunden blende ich euch hier als QR-Code ein sehr lesenswert und schaut da mal rein und dein zweites Buch magst du nochmal sagen zur türgestützten Intervention auch genau hast du die nächste Seite dann kann ich das nochmal ich habe zwei Bücher zur türgestützten Intervention geschrieben einmal bei Anime Learn und das ist so ein Praxisleitfaden und das zweite ist tiergestützte Intervention Wissenschaft trifft Praxis und da geht es ganz viel auch darum was es so an aktuellen Studien die ja in der Regel immer auf Englisch auch sind gibt in Bezug jetzt auf verschiedene tiergestützte Settings und die habe ich jetzt einfach mal in ein deutsches Buch gepackt um zu zeigen was wurde so in den letzten Jahren wirklich herausgefunden über Komponenten wie Bindung ja was was für einen Einfluss hat denn die Mensch-Hund-Bindung auf das tiergestützte Setting oder wie lernen unsere Hunde genau was können die an Befindlichkeiten ablesen und da gibt es so tolle Studien also es war mir auch eine totale Freude und ich finde auch da kann man noch ganz viele Dinge für sich mitnehmen und es gibt auch so ein paar Sachen die kann man einfach mal ausprobieren ja also die Bücher verlinken wir euch unten in der Infobox beziehungsweise in den Shownotes von den Podcasts schaut da gerne rein und dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit dass ihr so lange durchgehalten habt hast du noch jetzt was auf dem Herzen was wir unbedingt noch ansprechen müssen Sandra also zu diesem Thema jetzt nicht es kommen bestimmt noch ganz viele interessante vielleicht auch Anmerkungen oder auch Wünsche die wir damit verknüpfen können wir werden sicher eine Lösung finden also gemeinsam schaffen wir das schon und denkt dran letztendlich es ist immer zum Wohle des Hundes er fühlt sich oder sie fühlt sich auch viel viel wohler mit angemessenen Arbeitszeiten und angemessenen Aufenthaltsorten genau denn ganz wichtig euer Hund hat sich nicht ausgesucht mit in die Schule zu gehen sondern ihr habt das für ihn entschieden und damit sind wir natürlich dann auch verantwortlich dafür dass er sich da maximal wohl fühlt und das für ihn eine Winsituation ist und nicht nur für uns und nicht nur für die Schüler damit herzlichen Dank für eure Zeit vielen Dank Sandra dass du da warst nochmal alles erläutert hast und wir sehen uns dann im nächsten Video ich danke euch danke dir Anja tschüss 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 tschüss